Hallo liebe Feenfreundin, ich bin Prinzessin Lillifee. Lernerfolg Vorschule, Prinzessin Lillifee. Auf dich warten zauberhafte Übungen und lustige Spiele. Genau das Richtige für meine kleine Feenfreundin, oder? Zahlen merken. Bravo. Rechnen. Einzigartig. Sobald du fünf Blüten gesammelt hast, bist du an deinem ersten Ziel angekommen. Dort kannst du das erste Level eines tollen Bonusspiels spielen. So, nun kann es losgehen. Gleich beginnt der Feenspaß. Sobald du fünf Blüten gesammelt. 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 Sobald du fünf Blüten gesammelt.